Über unseren Katalog kannst du Bücher kostenlos per Fernleihe bestellen. Dafür meldest du dich zuerst an. Anschließend suchst du nach dem Buch. Die Trefferliste Kataloge ist leer, da das Buch an der UB nicht vorhanden ist. Über Weitersuchen Fernleihe weitest du die Suche auf dem Bayerischen Verbundkatalog aus. Hast du den richtigen Treffer gefunden, klickst du bei Das möchte ich haben auf Fernleihe durchführen. Im Fernleihformular sind bereits alle wichtigen Informationen zum Buch enthalten. Ganz unten schickst du die Bestellung schließlich ab. Hast du keinen Treffer oder nicht das Richtige gefunden, kannst du ein Blanko-Formular nutzen. Die Formulare findest du bei Auskunft und Fernleihbestellung. Je nachdem, was du bestellen möchtest, wählst du das entsprechende Formular. Hier trägst du noch die Informationen zum Buch ein und schickst es anschließend ab. Nicht in allen Fällen kann eine Fernleihbestellung erledigt werden. E-Books sind zum Beispiel nur eingeschränkt bestellbar, da die Lizenzrechte der Verlage eine Fernleihe oft verbieten. In diesen Fällen bestellen wir eine gedruckte Version für dich. Die Fernleihbestellung wird abgelehnt, wenn die UB das Buch im Bestand hat, unabhängig davon, ob es aktuell ausgeliehen oder nicht verleihbar ist. Ist das Buch in einer anderen Würzburger Bibliothek vorhanden, wird die Fernleihbestellung ebenfalls nicht ausgeführt. In diesem Fall musst du dich direkt an die jeweilige Bibliothek wenden. Manchmal kann das Buch auch deshalb nicht geliefert werden, weil es an den anderen Bibliotheken nicht verleihbar ist. Nach ungefähr zwei Wochen kommt das Buch bei uns an, wobei die Lieferzeit auch länger dauern kann. Sobald das Buch hier eingetroffen ist, wirst du von uns per E-Mail benachrichtigt. Dem Buch liegt eine grüne Fahne in einer Einlegetasche bei. Auf der Fahne ist das Rückgabedatum vermerkt. Außerdem findest du darauf die Informationen zu den Nutzungsbedingungen. Fernleihbestellungen kannst du über dein Bibliothekskonto übrigens selbst verlängern. Die grüne Fahne und die Einlegetasche müssen im ausgeliehenen Buch unbedingt wieder abgegeben werden. Ansonsten berechnen wir die 1,50 Euro Gebühren. 》 Was ist jetzt halt der Rückgabedatum? Die grüne Fahne hat, dass –ин vino mindig! Das war dieses Bauchias, der Rückgabedatum wird in der einzelnen heartbeat. Der Rückgabedatum wird gezogen.